Diese Männer nicht, die Jungs, haben die Gelegenheit mit einem Schmocken Dreiräuter gefahren. Hängen zwei Reifen und fährt eine. Schauen wir mal die Bauer auf. Dort ist Solar. Die wird mit der Sonne die Batterie voll machen. In der Uni haben sie einen Schreundreher. Oder eine Speedrill, wie das auf Englisch. Eine Speedrill mit dem Vorrat. Das ist doch der Schmock. Das sieht doch nachher aus, als man Pieten bockt. Und ich sehe, diese Jungs brauchen keine Pieten nicht mal verhauen. Nicht mal durch Hänger. Die können die Bauer setzen, mit ihren Strichhaut. Und dann mit dem Solar auf dem Dach. Dann können sie mal die Hygienheit vorgauen zum Sons. Das sieht mein bestes Gerüle Schmock. Als ich klein wäre, wenn ich so ein bisschen hart hätte, würde ich auch bestimmt noch ein Noberdapje fahren. Das würde uns haben so erschienen wollen. So, wir freuen uns, dass die einzelnen Videos aus der Schauschheit ich euch durch die Speedrill zu sein. Und das Video kann ich euch mitteilen. Wir wünschen euch noch ein Schmockendach mit Jesus.